Du verschütterst den Kaffee, dein Toast ist angebrannt. Deine schönste Base fällt dir locker aus der Hand. Dein Freund schreibt einen Abschiedsbrief mit deinem Lüftenstift. Dein Dach, der hat mal wieder ins Wohnzimmer geschifft. Man hat das iPhone dir geklaut, das Passwort, die Adressen. Die letzte SMS von Hans war, den kannst du vergessen. Dein Fernseher ist implodiert und alles liegt im Scherben. Deiner reichen Tante reicht's, jetzt will sie dich entderben. Freu dich doch, es könnte schlimmer sein. Freu dich doch, denn du bist noch am Leben. Freu dich, denn es könnte schlimmer sein. Freu dich, wir wollen einen heben. Dein Arzt findet per Zufall bei dir einen Tumor. Das ist doch nicht so schlimm, sagt er, denn das kommt öfter vor. Dein Chef schreibt dir die Kündigung und dein Vermieter auch. Da liegt noch etwas in der Luft, sagt dein Gefühl im Bauch. Du hängst auf Mallorca fest, dein Flug ist annulliert. Geh in Ruhe an den Strand und wart ab, was passiert. Da glaubt man dir noch dein Gepäck, dein Geld und den Flugschein. Den sitzt du auf der Insel fest und kommst nicht wieder heim. Freu dich doch, es könnte schlimmer sein. Freu dich doch, du bist ja noch am Leben. Freu dich doch, es könnte schlimmer sein. Freu dich, wir wollen einen heben. Freu dich doch, es könnte schlimmer sein. Freu dich doch, es könnte schlimmer sein. Freu dich doch, du bist ja noch am Leben. Freu dich, es könnte schlimmer sein. Freu dich, wir wollen einen heben. Freu dich, wir wollen einen heben. Untertitelung des ZDF, 2020